Willkommen zur dritten Folge unseres Projektwochen-Podcasts. Heute wird euch Konstantin etwas über die verschiedenen Techniken des Graffiti erzählen. Ich bin Anton Soll und wünsche euch viel Spaß. Hallo, ich bin der Konstantin und rede heute über Styles und Techniken. Neben Street Art gibt es natürlich auch viele andere Arten. Zum Beispiel gibt es da das Style Writing, in dem man nur mit Buchstaben oder Zahlen schreibt. Dann gibt es noch das Scratching, das das Kratzen mit Gegenständen an Objekten beschreibt. Beim Edging hingegen wird Flusssäure auf Objekte gesprüht. Dann gibt es noch das Gang Graffiti, in dem man in einem bestimmten Gebiet ein Tag setzt, um die gegnerische Gang abzuschrecken. In einer anderen Art, der Pisa Sao, spriet man in sehr großen Höhen meist einfarbig. Dann gibt es noch das Ultras Graffiti, wo man einen Tag an Orten setzt, an denen man mal war. Und bei der Stencil Art werden Schablonen angefertigt und an die Wand gesprüht. Im Gegensatz dazu sprüht man bei der Street Art eher bildliche Motive. Jetzt habe ich nochmal für euch ein paar Informationen über Styles und Techniken von Street Art. Da bleibt erstmal die Frage, wie will man eigentlich anfangen, überhaupt etwas auf eine Wand zu bringen? Oder erstmal darüber nachzudenken, was man denn machen möchte? Auch diese Frage gibt uns Case eine wichtige Antwort. Versucht erstmal, den legalen Weg zu nehmen. Geht in kulturelle Einrichtungen, wie zum Beispiel Villakaar oder Museen, um einen kurzen Überblick darüber zu bekommen, was eigentlich alles möglich ist und wie so ein Gemälde aussehen kann. Im Nachhinein kann man dann versuchen, für sich selbst einen Style zu finden, indem man für sich Besonderheiten oder Auffälligkeiten am besten so aufs Blatt bekommt, dass man sich in einer eigenen Technik selbst wiedererkennen kann. Um mehr darüber zu erfahren, habe ich mit Case ein kleines Interview geführt. Generell, wenn man sprühen will, dann ist es die beste Herangehensweise, wenn man in Kultureinrichtungen geht, wie zum Beispiel Villakaar oder solche angebotenen Workshops, wie hier an der Schule wahrnimmt, um sich erstmal mit der Materie auseinanderzusetzen, wenn man das noch nie vorher gemacht hat. Was sind so die größten Projekte, die du im Thema Street Art schon vollendet hast? Ich habe sehr große Projekte schon gemacht. Das ist vielfältig. Also ich habe in Dubai einen Damm gemalt, ein Wasserüberlaufbecken, ne, warte mal, eine Überlauframpe nennt sich das, aber das ist so ähnlich wie ein Staudamm. Oder in Frankfurt am Main, die Ostendstraße, das sind zwei Tunnelanlagen von der Haltestelle Ostendstraße gemalt. Oder jetzt neulich in Bad Philbel hatten wir sieben Künstler aus Europa eingeladen und haben eine Art Street Art Festival gemacht. Also es sind vielfältig verschiedenste Arten von größeren Projekten. Welche verschiedenen Styles gibt es oder kannst du empfehlen für ein möglichst ausdruckvolles Graffiti? Ja, ich kann, also einen Stil empfiehlt man nicht. Einen Stil, entweder man hat ihn oder man hat ihn nicht. Und wenn man ihn nicht hat, dann muss man lernen oder versuchen, ihn zu finden. Wenn man genug Leidenschaft mitbringt, wird man schnell fündig. Je weniger Leidenschaft, dann dauert es ein bisschen länger. Aber wer dran bleibt, man findet den. Man ist schwierig zu empfehlen. Also Stile sind unterschiedlich wie Fingerabdrücke, weil es auch Fingerabdrücke von einem selber sind. Und die Schwierigkeit ist, den halt zu finden. Und je nachdem, was man für Erfahrungen gesammelt hat bereits in seinem Leben, wird der Stil dadurch auch geformt. Also es ist jetzt nichts Greifbares, das ist in einem. Ein Stil ist, was man auszeichnet. Zum Beispiel, wenn du jetzt nur noch schiefe Striche malst, kannst du sagen, das hat damit zu tun, weil mein Körper eher schief ist als gerade. Ja, also das ist wichtig. Bei einer Stilfindung ist das so. Man reflektiert sich selbst in einem Stil. Und was hast du das Weitere mit den Kindern der Workshop-Woche vor zu unternehmen? Und wie ist eure Vorrangigungsweise? Also die Vorrangigungsweise ist relativ locker, würde ich mal sagen. Die Kinder haben Lust, da zu malen. Das werden wir angehen. Ich möchte sie aber trotzdem in das Bild mit integrieren quasi, dass nochmal ein anderer Bezug zur Kunst irgendwie dargestellt wird. Es ist immer was anderes, wenn man sich selber in einem Bild nochmal wiederfindet. Man hat da einen anderen Blick drauf und sensibilisiert sich vielleicht noch ein bisschen und trägt es vielleicht auch an andere weiter. Und ansonsten, ja, es wird da viel Farbe fließen. Und ich hoffe, wir haben da ein bisschen Spaß dabei. Wenn ihr wissen wollt, wie sich die Schülerinnen und Schüler im Bild integrieren können und was sich hinter dem Bild für eine Nachricht verbirgt, hört auf jeden Fall in die nächste Folge ein. Wir hören uns wieder und ciao!